Servus und willkommen zur vierten und damit zur letzten Dreidel Adventsaktion. Bei der diesmaligen Aktion geht es ums Thema Handwerkzeug. Ihr bekommt bei einem Einkauf ab einem Warenwert von 50 Euro brutto aus der Kategorie Handwerkzeug ein gratis Maßbaum von Stabilo und zwar das BM100 in einer Länge von drei Meter. Dieses Angebot beginnt am 19.12. und endet am 25.12.2021. Ihr könnt also jetzt noch eure Schraubzwingen, Sägen, Hämmer und so weiter einkaufen und bekommt dieses tolle Maßband gratis zu eurer Bestellung dazu. Alles was du dafür tun musst ist folgendes. Wie bereits gesagt im Wert von 50 Euro brutto aus der Kategorie Handwerkzeugware kaufen, abschließend im Warenkorb den Gutscheincode REITEL ADVENT4 verwenden. Wurde der Code eingelöst wird dem Warenkorb das Maßband hinzugefügt. Den Code plus die entsprechende Kategorie findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Schlagt also zu und sichert euch dieses neue und praktische Maßband von Stabilo. Wir, die Firma REITEL wünschen euch einen schönen vierten Advent und ein frohes Weihnachten. Bis zum nächsten Video, euer Lukas.